Hey zusammen, hier ist der Wiesent und heute spiele ich der Hero Grine, also Minecraft der Hero Grine. Und das geht schon gleich los, das ist, wer es nicht kennt, ein kleines Minigame und ich verkehr es nicht, weil ich keinen Bock dazu habe. Und ja, ich freue auf meinen Typen hier. Und wir müssen, ich werde halt immer versuchen die Shards aufzusammeln, weil irgendwie tut das fast keiner. Komm mir vor, irgendwie sammelt keiner die Shards ein, ich check das auch dafür so, aber okay, wenn ihr wollt, ja, egal. Aber ich sammle es halt ein, komm ich halt die Punkte. Oh, da drüben ist Hero Grine, oder Hero Grine, die Engländer sagen Hero Grine, glaube ich. Das ist voll komisch, wie das sagen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da ist der Hero zum Grine. Und die Shards ist irgendwo da drüben, aber ich habe keine Ahnung wo. Ähm, ja der Kompass zeigt mir den Weg, also der nette Kompass, der ist wirklich nett. Ich meine, das würde nicht jeder tun, einfach mir mal den Weg zeigen. Und ich versuche das mal abzuschießen. Das darf ich nicht, ja. Wäre cool. Ähm, mir fällt gerade etwas ein, das eigentlich sehr suboptimal, also nicht sehr gut ist. Oh, oh mein. Oh, ne, also schalte ich schon da. Okay. Sehr gut, äh, warte mal kurz. Ja, man sollte hier eigentlich nicht so oft AFK gehen oder so lange, weil das ist wirklich verheerend, das hat verheerende Wirkungen. Aber, ja, das muss jetzt sein. Und zwar habe ich mein Mausklicken jetzt gerade ein bisschen verleisert, sozusagen, also leise gemacht. Und der Typ hat sich schon aufgesammelt. Ja, das ist ein richtiger Sparro, weil der uns immer die Shards klaut. Die Shards. Die Shards. Die Shards. Aber wir sind ja Team. Zumindest sollten wir im Team kämpfen und dann, ja. 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 Blazer. So. Der greift mich an, der greift mich an. Er wagt es echt nicht anzugreifen. Was geht mit dem? Oh, oh, scheiße. Flädenmausbombe. Ähm, ja, den bekommen wir schon mit Bogen und so. Bogen-Skills, die nicht vorhanden sind. Einfach mal wie wild in die Luft rumschlagen, dann geht das schon. Was macht eigentlich der Hund hier? Ich, ich weiß es nicht. Äh, kann er den aufspüren? Hey, da ist ja einer Typ, der sich Schard gehabt hat. Oder gehabt hatte. Oder so. Irgendwie so. Ähm. Ich hab noch 19 Pfeile. Wieso sag ich das? Das interessiert doch keinen, ja. Aber besser als den Müll, den es sonst von mir gäbe. Natürlich hat sie jetzt wieder so einen Trottel aufgesammelt. Okay, ich dachte, die sammeln keiner. Ja, dann sammeln wir sie immer ein. Aber doch, das stimmt nicht ganz. Hier unten drin könnte man voll gut campen, glaub ich. Das ist huge, man. Damit ich kann ihn entdecken. Das Game macht keinen Sinn. Ja, da hast du recht. Veggie, Uglydoll, ja. Da hast du recht, das Spiel macht so keinen Sinn. Aber, es ist mir egal. Es ist generell jedem egal, dass es spielt. Ich meine, mir interessiert es schon, ob ein Spiel Sinn macht. Ich meine, ein Spiel muss doch keinen Sinn machen, oder? Muss ein Spiel Sinn machen? Nee. Das ist Hero One. Und Hero Green ist irgendwo da. Hier ist er. Hier ist er. Nee. Ich bin mir so blöd. Okay. Hero Green ist tot. Und Hero Green ist tot. Ich wollte jetzt unbedingt dort unten reinspringen. Und... Nee, okay. Äh, das war das jetzt. So in der Art. Und... Nee, fuck. Ja, ich glaube, ich häng noch irgendwas hinten dran, oder so. Und... Jetzt geht's wieder weiter mit der Hero Green. Oder der Hero Ball, oder so. Ich... Sorry, Leute. Vergebt mir. Ich weiß nicht, wie es heißt. Vergebt mir, denn ich weiß nicht, was ich tue. Ähm... Zitat von der Bibel. Von Jesus aus... Von Jesus aus dem Buch der Bibel. Des Neuen Testamentes. Des Christentumes. El... El... Elikid. Was ist das? Elikid. Okay. Das... Muss ich jetzt hießen, ja. Das war... Von... Äußerst wichtiger Bedeutung. Oder so. Oh mein Gott, ne Chart hast ge... Chart... Ja, ne Chart hat... Hast gespawnt. 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 Ich bin schon ganz gespawnt. Auf... Auf... Ich bin echt gespannt auf irgendwas. Oh mein Gott. Was killt bei Herobine. Oh mein Gott. Ein weiteres Opfer. Und der Typ hat die Chart. Die Chart. Die Chart. Ja, so mit J. Ja. Oder so. Und... Das ist wie so ein Staudamm. Oder so. Und... Das ist doch so ein Staudamm. Und... Hier ist alles Eis. Also... Das ist ja abnormal. Wie viel Eis hier ist. Also... Schau... 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 Was? Was? Jetzt schon? Okay. Ähm... Herobine ist tot. Das Spiel ist aus. Äh... IP ist in der Beschreibung. Ich bin ja auch... Efters... Schauer... Spielen... Wollt. Dann könnt ihr... Auf die IP... In der Beschreibung zugreifen. Und dann passt das alles. Auf jeden Fall. Dankeschön. Fürs Zusehen. Vielen Dank. Fürs... Alles. Und... Ja... Ich weiß nicht, was ihr am Ende mal sagen sollt. Ich zöge das irgendwie so scheiße lang hinaus. Und dann weiß ich nicht, was ihr sagen soll. Und dann ist es richtig scheiße. Dann... Irgendwas schneiden komme ich dran drauf, dass ich irgendwas vergessen habe zu sagen. Und dann klingt es irgendwie richtig scheiße. Und dann... Mann... Ja... Tschüss. Bis... Tschüss. Vielen Dank.